1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Die Bulli wechseln praktisch rüber zum Kochfeld und du fährst dann das Kochfeld runter und die Biene geht zur Spüle und fährt sich die Spüle hoch. Wenn du den Oberschrank mal runter holst, dann holst du den Oberschrank runter. Noch mal! Jetzt! Okay, bitte nochmal! Sehr schön! Sehr schön! Genial! Total schön! Diese seltsamen Türen hängen damit zusammen, dass Karin mit der rechten Hand arbeiten kann. Das ist gut! Das ist gut! Fertig! Super! Dann haben wir jetzt die Seite da drüben. Das muss ich quasi umbauen, dass wir rumgehen können. Wir müssen daran denken, dass das jetzt alles noch logisch bleibt. Das ist gut so. Das muss ich auch noch mal mit der Komp夠 und noch irgendwo rumkommen können. Prost! Geht! Nein! Nein, okay. War nicht zugeschickt, aber wir müssen da ziemlich drauf. Okay, dann wieder rein. Jetzt ziehst du es raus zu dir und kannst mit der zweiten Hand mit ihm geschütteln. Ja, jetzt. Ey, für einen nichtbehinderten, das war gar nicht nur so einfach, wenn ich ihn nicht gesagt habe. Ja. Viele? Nein, danke. Danke schön! Danke schön! Danke schön!